Ja, hallo, ich bin Martin Kessler, Stimme von Nikolaus Kretsch und Vin Diesel und vielen anderen. Hallo Martin, schön, dass du da bist, endlich, nach zwei Jahren, Nerverei. Da steht er, Tropfen hüllt den Stein. Sehr gut, getreu dem Motto Danone, irgendwann kriegen wir sie alle. Ich freue mich. Wir starten wie immer mit der ersten legendären Frage, wie bist du zum Synchron gekommen? Ich habe da noch Theater gespielt, Ende der 80er, nee, doch Ende der 80er, Anfang der 90er und dachte mir, versuch doch mal nebenbei so ein bisschen Geld zu verdienen. Ich habe da in Kreuzberg gewohnt mit Kohleheizung und kein Geld und Selbstausbeutung und bin dann das erste Mal nach Spandau in die CCC Studios gegangen, zu Hermes, habe ich da vorgestellt. Und das war so die Zeit, als die Privatsender aus dem Boden geschossen sind und wirklich alles synchronisiert wurde, was sich auch nur bewegt hat. Und der Aufnahmeleiter hat mich sofort, sofort besetzt. Mein erster Termin irgendwo in einem versteckten Atelier im Keller, habe ich nicht gefunden. Ich kam da rein, völlig aufgelöst, kam erst zu spät aus der Regie und ich war völlig aufgeregt, habe natürlich total verkackt. Aber das Schöne war, dann habe ich Wolfgang Kühne, Gott habe ihn seelisch beiseite genommen und gesagt, pass mal auf, das nächste Mal kommst du einfach eine Viertelstunde früher, setz dich da hinten aufs Sofa und guckst mal zu, wie wir großen Jungs das machen. Damals ging das noch. Heute sind sie halt alle alleine im Studio und das habe ich dann auch getan. Ich habe mich immer brav hinten reingesetzt und gestaunt, wie das die Herrschaften da so locker konnten. Von wem hast du was gelernt? Wem konntest du über die Schulter schauen? Mich hat dann ganz schnell, hat mich Rainer Brandt aus der Menge so, komm mal her, wo kommst du her, was machst du? Der hat mich ganz schnell aus der Menge rausgeholt, mir wahnsinnig schnell eine Rolle gegeben, wo ich völlig überfordert war. Ich glaube, wenn ich das heute hören würde, ich würde mich in Grund und Boden schämen. War es Mesh oder war es noch? Nee, das war nicht Mesh, das war davor noch so eine Comedy, wo er sprach den Vater, seine Frau sprach die Mutter, sein Sohn sprach noch den einen von den Brüdern, noch einer war dabei. Und ich war so der etwas Handfestere, aber ich war völlig überfordert, total hülsam, habe nur Schiss gehabt. Aber dann pass mal halt durch. Also ich habe das große Glück gehabt, Stimme allein ist es ja nicht, dass mich jemand beiseite genommen hat und mir gesagt hat, komm, lern das mal in aller Ruhe und habe mir eine Chance gegeben. Ist halt gar nicht mehr so möglich, oder? Nee, ganz schwer, ganz schwer. Du hast vor allem gar nicht, oder kaum noch die Möglichkeit, dich irgendwo reinzusetzen und mal zu gucken, wie machen das die wirklichen Cracks. Bei denen sieht man ja gar nicht, dass das eigentlich eine mühselige Sache ist, weil alles das, was leicht aussieht, es fällt viel Arbeit, da steckt halt viel Arbeit hinter. Ich habe es gerade gesagt, Mesh, du hast gesprochen, Pater Francis McCulley. Malkahy. Malkahy, das ist ja doch etwas falsch gesprochen. Erzähl mal, wie war die Synchronarbeit an dieser legendären Serie? Unter Rainer Brand. Es war total, also Rainer hat angefangen, es war total lustig, untergenommen, weil auch ganz viele Texte natürlich so aus dem, wo man eben schnell entstanden sind. Und ich hatte schon damals eine nicht allzu hohe Stimme. Aber bei Father Malkahy habe ich dann halt über liebe Gemeinde ein bisschen höher gesprochen und sehr bemüht und sehr, ging, hat einen riesen Spaß gemacht, war eine völlig andere Farbe, die habe ich danach auch eigentlich. Nicht mehr gesprochen? Doch, ein einziges Mal habe ich in irgendeiner Krimiserie eine Transe gesprochen, der als Transe auf der Bühne unterwegs war. Dann als Frau, also nicht mehr als Mann zu erkennen war, sondern nur als Frau, ging damals noch. Und der wahre Killer war dann halt eher mein Fach. Und ansonsten ist es halt, ja, Schubladen. Vielleicht mal für die Martin-Kessler-Fans, die können sich mal Mesh angucken. Und da bin ich halt jetzt die coole Socke und der harte Kerl. Ich bin eigentlich so sensibel. Aber bist du in der Schublade, kommst du schwerer wieder raus. Vielleicht gibt es einige, die Mesh nicht kennen von den jüngeren Zuschauern. Andere kennen dich vielleicht als Boba Fett in The Mandalorian. Naja, das hat er in der Vorgeschichte in einem der Star Wars, jetzt nagel mich nicht fest, welche. Ich weiß nicht mehr welche. Da war ich, glaube ich, Django Fett. Django Fett. Genau. Komi. Ja, und daraus sind er dann die, ist er, ich glaube, Boba, ich weiß es gar nicht, stelle ich fest. Ich bitte um Nachsicht, liebe Star Wars. Wir recherchieren es nochmal. Wir blenden das ein. Also daraus ist dann ja Boba entstanden und vor allem die ganzen Klone. Und im Moment mache ich für, da ist aus diesen Clone Wars, ist jetzt nochmal so ein Sidekick entstanden, so eine The Bad Batch. Das sind 15 einigermaßen beschädigte und unterschiedliche Klone. Also ich rede da ständig mit mir selber. Ich habe da letztlich fünf Hauptrollen. Das macht aber einen Wahnsinn Spaß, weil die sich natürlich alle ein bisschen unterscheiden. Nehmt ihr die dann einzeln auf? Ja, also nicht im Dialog, dass ich hin und her springe, sondern wirklich jeder einzeln. Und das ist dann vom, der eine sieht ein bisschen aus wie Rambo. Der andere ist dann natürlich der mit der Brille und der Computer-Nerd. Und der andere ist der Scharfschütze. Und der eine ist der... So einer, einmal quer durch den Klischee-Garten. Aber es macht einen Riesenspaß. Was gefällt dir an dem Neuseeländer? Das kann ich noch gar nicht so richtig sagen, weil ich den eigentlich so gut wie noch nie wirklich gesehen habe. Okay. An Django kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist so lange her. Und jetzt in Mandalorian. Das war ja noch nicht viel. Da war der fast immer nur hinterm Helm. Und mal ganz selten zu sehen, da ist er halt der coole Cowboy, der in die Stadt kommt und für Ordnung sorgt. Ich bin mal gespannt. Da kommt jetzt ja offensichtlich im Herbst... Wie heißt das Ding dann? Irgendwas mit dem Leben des Bova? Ne, ich weiß es nicht mehr. Aber kommt auch ein Ableger... Bist du jemand, der sich das anguckt? Zieht dich das ins Kino? Sachen, wo ich selber gesprochen habe, gucke ich mir nie an. Ne, mache ich nicht. Ich habe einmal, bin ich bei Fast & Furious reingegangen. Ich habe mich breitschlagen lassen, kommen als die Premiere. Und aus manchfaltigen Gründen mache ich das nie wieder. Das führt zu weit, das jetzt hier zu erzählen, aber das war... Ne, das wollen wir doch wissen. Du kommst ins Kino, die ganze Synchronmannschaft, die wird schon mal weggeparkt in das ganz kleine Kino. Okay. Die Show mit Vin Diesel und Charlie Seren, die fand im großen Kino statt. Wir alle, das kleine Kino. Da waren dann reservierte Plätze. Dann sagte mir dann so eine Hostess, nein, nein, da können Sie nicht sitzen. Das ist nur für geladene Gäste. Das war mir dann auch zu blöd, zu sagen, ich bin aber, also ich bin doch... Dann saß ich in der ersten Reihe und habe so geguckt. Friseursitz. Ja, Friseursitz und dachte nur... Uncool. Uncool. Hat sich aber, glaube ich, so ein bisschen geändert, oder? Das weiß ich nicht. Jedenfalls, das ist jetzt zwei oder drei Jahre her. Zwei Wochen später bin ich dann eingeladen worden von einem YouTuber in seine Show. Und der sagte mir dann, ja, wenn wir gewusst hätten, dass du da bist, wärst du natürlich mit auf die Bühne gekommen. Wo ich nur dachte, jo, alles klar, so sind jetzt die Gerichtungen. Alles ein bisschen verändert. Und da, ja, hat sich alles ein bisschen verändert. Also die Synchronfuzzis, pack die mal bitte weg, die stören nur. Die Influencer haben das Sagen. Ja, klar, natürlich, die sind kostenlose Werbung. Die haben eine solche Reichweite. Die neue Werbung unserer Zeit. Währung. Ja, na klar. Wie wurdest du die Stimme von Nicolas Cage? Das ist auch so eine Geschichte. Viele Jahre her, ich war im, ich kam ins Büro des Aufnahmeleiters, wollte irgendwas völlig anderes, wollte, ich weiß nicht, wegen Termin morgen oder wegen einer Gagen abreden, ich weiß es nicht mehr. War nur mit ihm beschäftigt, plötzlich ertönt neben mir eine Frauenstimme. Sagen Sie mal was. Wie, sagen Sie mal was? Wer sind denn Sie? Nee, nee, danke, reicht schon. Ich bin dann wieder gegangen. Zwei Tage später klingelt das Telefon. Könntest du kommen? Wir würden gerne, dass du Nicolas Cage sprichst. Ich sagte, okay. Also Malwine, falls du das von irgendwo sehen solltest, ich hoffe, dir geht's gut und du bist gesund und munter. Das war also die Supervisorin von dem Film. Den Verleih weiß ich gar nicht mehr. Welcher Film war das? Das war Trapped in Paradise. Nee, Schneestimme im Paradies. Eine Komödie. 94. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß es nicht. 94. 94. Und das war natürlich dann, war eine echte Herausforderung, weil ich, heute würde ich sagen, ich war noch nicht so weit. Okay. Hat er ganz gut gedacht. Wer hat damals Regie gemacht? Weißt du das? Nee, weiß ich nicht mehr. Doch, wahrscheinlich Kunstendorf selber. Ich glaube, Kunstendorf selber. Ich weiß es aber nicht mehr. Zwischenfrage. Was macht einen guten Regisseur aus? Der muss ein gutes Ohr haben. Muss immer wieder mal Wege weisen können. Muss den dramaturgischen Überblick haben. Und meines Erachtens, weil wir alle dazu neigen, Manierismen auszubilden, nicht eingeschlossen, uns davon wegzubringen und uns dahin zu bringen, dass wir klingen wie Menschen und so nah wie möglich ans Original kommen. Und das heißt nicht, dass man das Original jetzt wie ein Papagei nachmacht, sondern die deutsche Entsprechung findet. Ich kriege die Krise manchmal, wenn ich diesen Synchronsing-Sang höre. Ja, klar, so reden die Amerikaner. Aber das ist ja nicht unsere Sprache gebraucht. Das lässt die deutsche Sprache ja eigentlich gar nicht zu. Das klingt bei uns fürchterlich und künstlich und bescheuert. Synchronfassungen können so klingen, als wäre es nicht synchronisiert. Dann finde ich sie gut, weil sie dann überhaupt nicht weiter aufhören. Wenn du es nicht mehr hörst, ne? Ja, weil man es gar nicht hört. Und was spricht dagegen, das so gut zu machen wie im Original oder annähernd so gut zu machen wie im Original, dass sich da zwei, drei Menschen unterhalten. Kann man doch machen. Die müssen doch nicht bescheuert klingen. Ist aber schwer und sind immer schwerer. Zurück zum Cage, zu Nicolas Cage. Der hat über 60 Filme gedreht, haben wir gesehen. Du hast ihn nicht in allen Filmen gesprochen. Kommen wir dann noch zu? Nein, ich habe ihn ja irgendwann beerbt. Was war dein Lieblingsfilm mit ihm? Unabhängig davon jetzt, ob du ihn gesprochen hast oder nicht. Was ist dein Lieblingsfilm mit ihm? Also mein Lieblingsfilm mit ihm war wirklich Bringing Out the Dead. Das kennt kaum einer. Da war er ein depressiver Krankenwagenfahrer. Dieser Film war sehr depressiv zwar, aber er war reduziert und wahnsinnig gut. Und die Arbeit mit Clemens Frommann, kann ich mich noch gut daran erinnern, es war noch nicht mal nervig, weil wir so viele Aufnahmen gemacht haben und so viel Zeit gebraucht haben. Es war einfach eine tolle Reise, wo ich das Gefühl hatte, jo, jetzt kommen wir mal der Sache näher, was der da wirklich macht. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und fand ihn in dem Film überragend gut. In Bad Lieutenant fand ich ihn hervorragend, dieser Werner Herzog-Film. Ist ja kein Abklatsch gewesen von dem eigentlichen Bad Lieutenant. Gleiches Sujet, gleiche Geschichte, aber anders. Und am meisten Spaß gemacht hat mir in den letzten Jahren der Army of One, wo er einen völlig durchgeknallten religiösen Spinner gespielt hat, der nach einer wahren Geschichte, den gab es wirklich, der mit einem Samurai-Schwert bewaffnet nach Afghanistan ziehen wollte und Osama Bin Laden festnehmen wollte. Er ist nicht allzu weit gekommen, aber das war so durchgeknallt, was der da gespielt hat, dass du als Schauspieler sagst, darauf muss man erst mal kommen. Das muss man sich erst mal trauen, sowas zu machen. Army of One. Leaving Las Vegas, da hast du ihn nicht gesprochen. Nein, da habe ich ihn nicht gesprochen. Das war allerdings auch einer der Filme, wo er seinen einzigen Oscar und den einzigen Golden Globe bekommen hat. Hast du ihn dir trotzdem angeschaut? Ja, ich habe ja einen Teil gesehen, ich habe ja den Film gesprochen. Aber nicht Cage. Nicht Cage. Wie kam es dazu? Da sagte sich wohl der Regisseur, das kann auch nicht. Ich will mal ganz authentisch werden und wir nehmen mal einen trockenen Alkoholiker, der weiß, wovon er dann spielt. Aber statt mir das vorher zu sagen, kam ich dann für Sands ins Studio und sprach dann den mit einem ukrainischen, russischen Akzent. Und plötzlich taucht Cage im Bild auf, wo ich auch nur dachte, was ist das denn hier, Leute? Das ist doch hier, da redet man vorher drüber und sagt das ganz klar. Ich bin dann noch zweimal umbesetzt worden und dann sagte mir jemand, ich finde dich scheiße auf dem. Sagte mir die Regie. Und damit kann ich leben. Ist nicht schön, aber ist eine klare Ansage. Und das ist, kann man ja, ist Geschmackssache. Ja, muss man mit leben. Finde ich aber okay. Aber so hinten durch die kalte Tür, durch die kalte Küche, das fand ich dann schon unangenehm. Okay, krass. Was schätzt du an Nicolas Cage Spiel? Tja, das ist... Ich glaube, entweder mag man ihn oder man hasst ihn. Ich glaube, viel dazwischen gibt es, glaube ich, nicht. Gibt es Leute, die ihn hassen? Ich glaube, ganz viele finden den so scheiße. Glaube ich. Nee. Also ich finde, er ist bei diesem ganzen Overacting, was er macht, schafft er es dennoch fast immer wirklich authentisch zu sein, weil es steht immer dahinter, was er macht. Es ist völlig daneben, manchmal. Und wo du dich fragst, womit motiviert er das jetzt als Schauspieler? Was soll der Quatsch jetzt? Und dennoch hat es immer irgendwas. Er hat Filme gedreht, die sind so grottenschlecht. Und er war so grottenschlecht, dass ich mich gefragt habe, ist das jetzt die versteckte Kamera? Kommt der gleich an, aus dem Wandschach und sagt April, April? Ist das hier eine weltweite Kampagne oder was? Und dann ist er wieder wirklich brillant. Das schwankt. Und ich finde einfach diese... Dieser... Ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht. Hast du ihn mal getroffen? Nein, eben nicht. Ich weiß nicht, ist das Mut von ihm? Ist er einfach so? Ist es ihm scheißegal, ob er brillant ist oder ob er grottenschlecht ist? Aber der wohnt ja quasi vor der Kamera. Der dreht ja ohne Ende. Das ist ja unglaublich. Und immer wieder von grottenschlechten in grottenschlechten Filmen bis zu Filmen, wo du sagst, der Film ist jetzt nicht so besonders gut, aber boah. Toll. Da waren schon ein paar schöne Dinger dabei, die er gemacht hat. In vier Filmen, zum Beispiel Tricks. Da habe ich ihn nicht gesprochen. Hast du ihn nicht gesprochen? Genau. Da hat ihn Ronald Nitschke gesprochen. Für mich, also ich hatte ihn damals auch gesehen und auch so ein absoluter Martin Kessler-Fan und eigentlich daran gewöhnt, das Cage, das gehörte irgendwie zusammen. War für mich erst mal am Anfang auch total befremdlich, muss ich ehrlich sagen. Aber man stellt dann irgendwie fest, man gewöhnt sich dran. Man kommt dann irgendwie damit klar. Woran lag das, dass du ihn da nicht gesprochen hast? Das war der Regisseur, der sagt, ich höre die Scheiße auf den. Okay. Die Wahrheit habe ich dann viel später erst erfahren. Ich hatte dann irgendwann, darf ich das hier erzählen? Ach ja. Ich hatte dann irgendwann, ging es um Cage-Film und dann war ich mit der Firma nicht ganz so einverstanden. Da sagte der mir, nein, nein, Sie können sich die Regie auch aussuchen. Dann habe ich mir genau diesen Regisseur ausgesucht, weil ich finde diese Offenheit und diese Klarheit, damit komme ich wunderbar klar. Man kann sich was um die Ohren hauen, es bleibt auf einer professionellen Ebene, es ist nicht hinter 40 Feige, also kein Problem. Und dann war alles gut. Aber das war eine Entscheidung, die hat er damals getroffen, hat er dann irgendwann revidiert und gut ist. Krass. Die haben dich gefragt, du sollst Cage als Hauptrolle synchronisieren. Ja, und ich habe gesagt, es tut mir leid, aber nicht bei der Regie, bei denen spreche ich nicht. Dann suchen Sie sich doch einen, Sie dürfen sich einen aussuchen, habe ich schon gemacht. Cool. Das habe ich noch nie gehört. Also da standen drei, drei standen zur Debatte und einer von denen war dann derjenige. Wer hat es gemacht? Das sage ich jetzt nicht. Achso, das blenden wir ein. Umgedreht hast du auch Brad Pitt gesprochen in Troja, statt Tobias Meister, war für mich auch völlig befraglich. Ja, natürlich, klar. Kam ich gar nicht mit klar. Nee, da ist keiner mit klar gekommen, offensichtlich. Ich habe dafür so viele Schläge bekommen. Wie kam es zu der Entscheidung? Naja, die hatten die Produktion schon fertig. Dann hat sich Pedersen die Muster angehört, fand die Besetzung, nach seiner Auffassung war das nicht in Ordnung. Dann haben die mich unter anderem nochmal geholt zum Probesprechen, weil ich Brad Pitt in, wie hieß denn das, Legenden der Leidenschaft gesprochen hatte, viel früher einmal. Und dann hat sie Pedersen für mich entschieden. Und das haben wir dann alles geklärt, mit Tobias alles besprochen. Und er ist nun mal ein Deutscher. Er kann es nun mal beurteilen, wie es auf Deutsch klingt oder nicht. Ist es natürlich Geschmackssache. Also ist es natürlich nach Amplitude entschieden, wie es er heute oft gemacht hat? Ja, nee, nee. Das war noch eine richtig künstlerische Entscheidung und nicht nach Hüllkurve. Gott, oh Gott. Und dadurch, dass er das wirklich beurteilen kann, fand ich das auch durchaus legitim. Ich erinnere mir deinen Worten, dass du es heute nicht nochmal machen würdest. Oder würdest du es auch... Es kommt auf an, wie eine Entscheidung zustande kommt. Klar habe ich von den Fans Prügel bekommen. Logisch. Klar. Würde mir auch so gehen, das ist plötzlich ein Fremdkörper. Und dann wird plötzlich... Ich bin nochmal mit Cage verbunden, das ist so. Dann spricht plötzlich... Dann wird plötzlich Brad Pitt vor Nicolas Cage gesprochen. Das ist schon schräg. Weil du besonders schön schreien kannst. Ja, darum ging es, glaube ich, auch hauptsächlich. Vielleicht hält gar nicht so auf. Ja, ich kann den Entscheidungsprozess, weiß ich nicht, den habe ich nicht miterlebt. Ich würde es natürlich wieder machen, wenn ich die Entscheidung nachvollziehen könnte. Heute ist ganz vieles beliebig. Heute ist es so wurscht. Und da werden dann Sachen einfach unbesetzt. Ist bequem, ist billig, ist egal. Finde ich schwierig. Das sind dann keine künstlerischen Entscheidungen. Wenn einer eine ganz klare künstlerische Entscheidung trifft... Bitteschön. Das ist eben... Wir haben niemanden gepachtet. Das ist die Freiheit in der Kunst. Immer noch. Und im Synchron muss man auch sagen, wenn die Regie, so wie bei Soderbergh und George Clooney... ...ist eine Entscheidung von der Regie, das ist legitim. Das finde ich absolut legitim. Muss ich sagen, passt aber... Also für mich jetzt fand ich okay. Ja, passen beide. Tony, aber in dem Ding war... Er ist halt näher dran, der Kollege aus München. Naja, 2018 hast du Cage in Spider-Man A New Universe gesprochen. Spider-Man Noir. Ja. Ist das normal mit dir? Nee, überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht meine Welt. Ich überhaupt nicht. In letzter Zeit gab es nicht so viele bekannte Sachen von Cage. Jetzt ist er gerade wieder auf Netflix mit dieser... Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Diese Schimpfwortgeschichte. Die macht ja keinen Sinn, die zu synchronisieren. Das kann man nicht synchronisieren, nein. Glaubst du, weißt du, hoffst du, dass er nochmal jetzt nachlegt mit ein paar schönen, geilen Produktionen? Ich weiß es nicht. Zu hoffen wäre es, dass er sich vom Kassengift mal wieder zu einem Kassenmagneten entwickelt. Schön wäre es, wobei man ja im Moment überhaupt nicht weiß, wie sich die Kinosituation entwickelt. Gerade eben, ich hätte letzte Woche, glaube ich, einen Cage-Film sprechen sollen. Nein, nein, du sprichst gar nicht. Wir nehmen alles vom Original. Der hat den ganzen Film bestritten, ohne ein Wort zu sagen. Der hat nur geschrien, gelautet, geatmet. Im ganzen Film hat er nicht ein Wort gesagt. Das Schicksal hatte Thomas Donnerberg auf dem Terminator auch. Ein Take aus der Baby und die Mitterrolle. Der hat wahrscheinlich auch gut Geld verdient dann im Nachhinein mit diesen... Ja, dazu bin ich ja gar nicht mehr gekommen. Okay, gut. Du bist auch die Stimme von Vin Diesel, die Deutsche. Wie kam es dazu? Ja, ist auch so im Grunde genommen zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen. Es gab bei der BSG vor vielen Jahren, wurde ein Trailer gemacht von Pitch Black, kannte kein Mensch. Irgend so ein Science Fiction. Perry Fitzner, Perry, danke, hatte mich auf den besetzt. Und da saßen wir halt noch alle zusammen im Studio, fünf bei der BSG, im alte Wittigen Fünfer. Weiß ich nicht, sechs Leute da hinten auf der Bank. Ich hatte keine Ahnung, was sie mich erwartet. Ja, ja, mach du den mal. Ja, kam dann von oben, von der Regie. Ich habe mir das ja genauer gesagt, was ist das denn? Was ist denn das? Was hat denn der für eine Stimme? Und habe dann in Sekundenbruchteilen mir irgendwas überlegt, was ich da irgendwie, um da adäquat ranzukommen. Und in diesem Science Fiction war das ja nochmal eine Nummer oben drauf, an merkwürdiger Stimme. Das werde ich jetzt auch hier nicht demonstrieren. Das hat mich schon gefreut. Und habe mir das dann so zurechtgelegt und dachte, oh Gott, was habe ich denn jetzt hier gerade verbrochen. Habe auch gar nicht weiter darüber nachgedacht, weil das war noch so die Zeit, da haben die Trailer wurden dann oft von anderen gesprochen als im Hauptfilm und so. Und dann wurde ich angerufen, ja, die fanden das genau so, bitte, wie du das da gemacht hast, im Film auch. Und dann, ja, dann kam Pitch Black zustande und dann hatte ich mir dann ein Ei gelegt. War anstrengend? Das ist wahnsinnig anstrengend, so auf der Stimme rumzureiten, ohne sich wehzutun. Ich kriege das auch immer wieder nur hin, wenn ich den vor mir sehe. Jetzt so aus dem FF, nee, weiß ich gar nicht. Würde ich aber jetzt auch gar nicht machen wollen, weil... Nee, musst du nicht. Mit Alba. Nein. Benötige ich nicht. Bei Vin Diesel denken ganz, ganz viele ja natürlich sofort an Fast & Furious. Was glaubst du, warum sind diese Filme so erfolgreich? Ja, also es sind halt handgemachte Action-Sachen, gut, jetzt heutzutage auch viel oder fast nur CGI. Ich glaub, das ist immer noch bei den Testosterongeschwängerten, die jungen Männern, ist es einfach so geil, so Auto zu fahren, diese coolen Sprüche abzusondern, sich so auf die Fresse zu hauen, ohne dass man irgendwas abbekommt. Und es ist halt Action-Popcorn-Action-Filmkino, was auch immer jetzt im Streaming wahrscheinlich kommen wird. Früher war es wahrscheinlich Bud Spencer und Terence Hill. Jetzt ist es Fast & Furious mit Autos. Keine Ahnung. Im Mai soll der neunte Teil rauskommen, hast du schon was davon gehört? Ja, wenn es nicht schon wieder verschoben wird, nächste Woche. Freust du dich drauf? Ja. Oder du wirst bist so umgesetzt? Noch nicht, vielleicht. Noch nicht ganz, aber kommt vielleicht noch. Ne, ich freue mich drauf, aber es ist immer wieder so, weil die Stimme doch immer speziell ist. Ich habe immer noch Lampenfieber, muss ich nicht zugeben. Kommt vorher? Ja, habe ich immer noch. Finde ich aber auch in Ordnung. Ist das dann so ein Typ, wo du dich besonders vorbereitest, wo du irgendwie sagst, den Tag vorher machst du mal nichts oder schonstig? Ja, ja. Also ich habe gemerkt Ende letzten Jahres, ich habe meine ganze Resonanz verloren, weil ich durch eine gebrochene Rippe mir eine völlig falsche Atmung angewöhnt hatte, um Schmerz zu vermeiden, klar. Und da habe ich dann erst mal wieder ein bisschen Stimmbildung mir genommen, mache ich bis heute. Und doch, da muss ich mich wieder ein bisschen vorbereiten, dass ich die Tiefe wieder so locker kriege, die ich ja eigentlich normalerweise gar nicht habe. Ich bin Bariton, aber ich bin kein Bass. Also muss ich mich da wieder ein bisschen hinschummeln. Cool. Was macht Vin Diesels Performance aus? Ist es da normalerweise noch ein guter Schauspieler? Nein, doch, er ist ein guter Schauspieler. Habe ich einmal gesehen in einer Sidney Lumet-Verfilmung, wo er einen Mafia-Typen gesprochen hat, der sich anhand, also die haben die richtigen Gerichtsprotokolle verfilmt. Und der hat sich offensichtlich vor Gericht selber verteidigt und war so pfiffig. Und das hat Vin Diesel mit Haaren so gut gespielt, dass ich dachte, Mensch, der kann ja wirklich was. Aber die Kohle macht er natürlich mit dem Ultrakoolen, klar. Aber auch das muss man erstmal hinkriegen, so cool sein zu können. Gibt es eine andere Rolle, wo dir besonders gut gefallen hat, Vin Diesel? Ja, also ich finde nach wie vor, diese Reddicks finde ich wirklich gut. Die anderen Sachen, nicht mein Geschmack. Aber das ist halt Vin Diesel, wie Vin Diesel so ist. Und im Riddick ist immer noch ein kleines bisschen mehr gebrochen. Ein bisschen mehr Ironie ist dabei, als in den anderen Filmen. Es gibt, wenn man bei YouTube Martin Kessler und K.Dieter Klebsch eingibt, unter anderem eine Szene, wo ihr beide bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten zusammen in einer Szene seid. Wie, das gibt es bei YouTube? Ja. Und ich hoffe, die kriegt jetzt noch ein paar Klicks. Echt? Das ist ja gerade so. Kannst du dich noch daran erinnern, dass ihr da zusammengestellt habt? Naja, ich kann mich daran erinnern, weil das war... Hannes Bracken, wie hieß deine Rolle? Oh, das weiß ich nicht mehr. Na, was? Sowas weiß ich nicht mehr. Das war 2003, glaube ich. Das war das Jahr der Kirchpleite, wo... Von einem Tag auf den anderen. Von einem Tag auf den anderen sind mir ganz viele Produktionen weggebrochen. Und ich musste gucken, wie ich meine Miete zahle. Und da bin ich halt auch bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gelandet. Und ja, dann hatten wir zufälligerweise... Wie lange warst du da? Das war nicht viel. Nee, weiß ich nicht mehr. Ein paar Drehtage. War nicht viel. Und dann hatten wir, durch Zufall, hatten wir das Vergnügen zusammen. Und da war es ja schon kannten, war das irgendwie auch... Ich habe keine Ahnung, wie das heute wirkt. Ich weiß nicht, muss ich mal gucken. Das sieht sehr gut aus. Muss ich mal gucken. Ich komme zurück zur Synchronregie. Was einen guten Regisseur ausmacht, hast du vorhin schon beantwortet. Und du hast Regie gemacht bei Outer Limits zum Beispiel. Ja, das ist ja 100 Jahre her. 95 bis 2002 hast du übernommen. War das dann sozusagen das Gegenstück zu deiner Arbeit, was du vorher gemacht hast? Dass du gesagt hast, ich will mal auf die andere Seite... Nee, das hat sich so ergeben. Ich habe damals bei Perry Mason den Paul Drake gesprochen und Engelbert brauchte eine Co-Regie. Und so bin ich dann da reingerutscht. Und irgendwann haben sie mir dann Outer Limits angeboten. Und dann lief das mit ziemlich großem Erfolg. Die war ja auch gut gemacht. Und dann, ich bin so in die Regie reingerutscht. Ich habe es gar nicht darauf angelegt, aber es hat sich so ergeben. Auf welche Regiearbeit bist du besonders stolz? The Shield, Deadwood, Sons of Anarchy. Das waren wirklich drei tolle Produktionen, auch im Original. Ich habe ja noch viele andere Sachen gemacht. Viele weiß ich überhaupt nicht mehr. Du schreibst auch Bücher? Ja. Worauf kommt es bei einem guten Synchronbuch an? Naja, gesprochene Sprache finde ich ganz wichtig. Dass es sich nicht anhört wie ein literarisches Kolloquium. Es sind ja ganz viele Sachen, die kann man hinschreiben und die liest man so leise für sich hin. Ist okay, aber es ist nicht gesprochene Sprache. Naja, dass es synchron ist, auch wichtig. Dass man, also ich finde es wichtig, dass nicht alles so ein schneller, synchroner Einheitsbrei ist. Klar, schnell sprechen ist furchtbar einfach, letztlich. Aber ich, also gesprochene Sprache, Rhythmus und ja, die Labiale treffen, klar. Und dass man natürlich auch versuchen muss, die verschiedenen Sprachebenen zu finden. Dass ich, aber das funktioniert natürlich im Deutschen, kann es nicht funktionieren. In den USA oder in England spielen natürlich Dialekte eine ganz große Rolle, das geht hier nicht. Ich kann nicht einen Texaner. Außer Rainer Brand, der konnte das. Der hat es einfach gemacht. Der Sachse, der den... Ja, das wäre heute undenkbar. Ich meine, das war ja dann in... Stacheldat und Fersengeld hieß es auf Deutsch. Und da sprach dann Sachse, den deutschen Kommandanten. Ja, warum auch nicht? Aber da geht es dann auch. Und bei Comedy sowieso, da kann man es vielleicht mal machen. Aber da wir uns im Schauspiel auf die deutsche Hochsprache geeinigt haben, irgendwann, das funktioniert nicht. Ich kann nicht, ein Südstaatler, das geht nicht mit einem Schwaben oder mit Bayern. Funktioniert nicht. Das geht einfach verloren. Merkst du auch beim Tatort, wenn dann irgendwie versucht wird, da irgendwie sehr lokal den Gerichtsmediziner reinzubringen. Das haut nicht so richtig hin. Zwischen den anderen hochdeutsch sprechenden Schauspielern. Das ist irgendwie wie so ein Fremdkörper. Du hast auch viele Hörbücher gelesen oder einige? Naja, immer wieder mal. Dein Favorit die letzten Jahre? Das ist eine blöde Frage. Ich weiß es nicht. Frankie Machine. Frankie Machine war gut, ja. Ich weiß es nicht. Die haben alle für und wieder. Manche Sachen würde ich, glaube ich, heutzutage nicht mehr so ohne Wartes machen. Also ich habe auch schon mal eins, was mir zu brutal war, abgelehnt. Muss nicht sein. Du als alter Synchron oder Sprecher, Hase, Schauspieler, ist es trotzdem anstrengend, ein Hörbuch zu lesen? Wie ist das für dich? Schüttelst du das aus der Hüfte? Nee, aus der Hüfte nicht. Ich verspreche mich auch. Es gibt Kollegen, da stehe ich staunend davor. Die lesen seitenweise, ohne sich einmal zu versprechen. Kann ich nicht. Ich bin trotzdem relativ flott, aber ich merke dann auch, also ich arbeite dann sehr schnell, sehr gerne sehr, also schnell konzentriert, ein paar Stunden durch, ohne Pausen zu machen. Dann habe ich auch mein Tagesperson geschafft und danach bin ich aber auch platt. Ich meine beim Hörbuch, klar, du findest dein eigenes Tempo, du hast zwar den Rhythmus vorgegeben durch die sprachliche Vorlage, aber du kannst eher, naja, man interpretiert ja aufgrund von dem, was in einem selber ist. Jeder macht es anders, jeder sieht was anderes drin. Da sind natürlich auf jeden Fall mehr Freiheiten als im Synchronen. Im Synchronen habe ich die Vorgabe, klar. Die Hörspielkinder kennen dich unter anderem als Tierarztdoktor, ich weiß gar nicht, ob er Doktor ist, Robert Eichhorn aus Bibi und Tina. Ja, das ist ein Phänomen, das ich immer wieder, seit Jahren werde ich auf den angesprochen, von Kindern, von dir, das ist 100 Jahre, 130 Jahre her. Ich habe den einmal gesprochen, aber es scheint... Du musst gerade noch auf den CDs unterschreiben, wahrscheinlich. Nee, das nicht, aber ich werde immer wieder darauf angesprochen. Aber das ist mindestens 30 Jahre her. Hast du im Hörspiel, gibt dir das mehr Freiheit, mehr künstlerische Freiheit als das Synchronen zum Beispiel? Nicht unbedingt, weil ich bin der Meinung, dass man... Also künstlerische Freiheit ist in einem Rahmen möglich. Ohne Rahmen geht gar nichts. Und ich kann meine künstlerische Freiheit genauso gut finden, indem ich, ich weiß nicht, Nicolas Cage in irgendeiner bescheuerten Rolle interpretiere oder eine Rolle, die ich interpretiere in einem Hörspielrahmen, weil es ist immer ein Rahmen da. Und insofern ist es in beiden Metiers möglich, seine künstlerische Freiheit zu finden, zu entwickeln, auszugestellten, wie auch immer. Du sprichst auch in Videospielen, also in Games? Ja, kaum noch. Kaum noch? Zu teuer. Also ich weiß nicht, die ganzen Agenten. Wie viele Agenten hast du in deinem Leben gesprochen? Nee, das ist ja auch schon wieder sehr lange her. Wie hieß denn das überhaupt? Also mich hat das... Ich bin ja kein Zocker, aber ich habe ein Spiel gespielt und es gab zwei, die dort durchrannten. Und ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Franziska Picula war das weibliche Pendant zu dir. Und ihr seid dort durchgerannt und habt dort alles... Na, wie hieß denn diese berühmte Reihe da? Was ist Tom Clancy? Tom Clancy, ja. Wie hieß denn das? Oh Gott, ich oute mich hier als... Wir melden jetzt unten ein. Das ist überhaupt kein Problem. Der ist ja ein Kult geworden. Es ist weg, weil ich überhaupt nicht spiele. Ich habe da überhaupt keine Beziehung zu. Ich habe es gerne gemacht, aber ich habe keine Beziehung zu Computerspielen. Ich habe es mal gemacht, damals als Lara Kroft rauskam. Und das hat mich letztlich so gelangweilt. Und das war nicht mein Ding. Ich kann damit nichts anfangen. Wie unterscheidet sich das in der Produktion zum Synchron-Computerspiele? Du bist ganz oft ganz eng an eine Timeline gebunden. Also du musst dann die Vorgaben des Originals zeitlich genau erwischen. Teilweise ist es viel Text, manchmal viel zu wenig. Also das ist immer... Na, im Synchron ist es letztlich auch so, aber im Synchron sehe ich den. Und bei den Computerspielen sehe ich das nur ganz selten. Da sehe ich nur die Hüllkurve. Und dann kommen ab und zu mal ein paar synchrone Passagen. Du warst und bist in einigen Werbespots zu hören. Unter anderem hast du gesprochen Snickers. Ist die Bezahlung in der Werbung besser als beim Synchron? Wenn man sich den zeitlichen Aufwand anguckt, so gesehen ja. Wenn man sich überlegt, dass die das dann ein Jahr für die Gage senden. Und wenn ich mir dann überlege, was die pro Schalte bezahlen, dann... Nein. Beantworte ich jede weitere Frage nur noch mit dem Anwalt. Dein Tipp für Nachwuchssprecher. Kenners, versucht Theater zu spielen. Gerade geht es gar nicht, weiß ich. Aber auf der Bühne holt ihr euch den Vorrat fürs Synchron. Versucht, ich weiß, das Geld, das Geld, das Geld. So leicht kann man irgendwo anders Geld verdienen. Aber spielen ist die Grundlage. Und sobald ihr nur im Synchron, so vor allem wie es heute abläuft, verheizt werdet. Egal wie talentiert ihr seid, ihr werdet verheizt. Da bleibt man hängen in den Ausdrucksmöglichkeiten. Spielt Theater, dreht, macht was ihr wollt. Synchron nebenbei und irgendwann kann man es dann noch hauptsächlich machen. Aber holt euch erstmal die Grundlage, holt euch erstmal den großen Rucksack mit Gespieltem. Und dann könnt ihr im Synchron viel besser sein, als ihr jemals glaubt. Lieber Martin, danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Danke. Okay, danke. Tschüss.